Alter, so ein Dreckscamper. So ein Dreckscamper. Zweie, Alter. Diese Nutten, Alter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich gehe mal hier checken, ob hier noch mehr sind. Alter Schwede, Junge. Gut gemacht, Matze. Den habe ich es aber gegeben, Alter. Echt, so ein Wichser. Und hast du jetzt mal einen 2K? Nein, das packt da nicht. Auch wenn ich den Bein noch aufnehme, das packt da nicht. Ach, wir sind auf der ganz anderen Seite. Wir rennen erstmal hier hoch. Schön geschmeidig in die Hütte. Da können wir ein bisschen looten. Und dann müssen wir irgendwie rüber auf die andere Seite kommen. Hier sind zwei Kisten. Für jeden eine. Meine ist natürlich wieder leer. Da ist mir irgendwas drin. Ein Midwest M-Log. Ja, da ist er. Ne. Doch, da ist er. Alter, wo schießt das Ding hin? Ja. Er ist tot. Danke, Matze. Ich muss mich erstmal wieder an das Scope gewöhnen. Komm Beutel, weiter geht's. Warte, ich bin noch am Nachladen. Ja. Nicht hier wird er die Leute abknallen, die deine Freunde sind. Ja. Ich schleiche hier nämlich oben rum. Hier ist Benchy gestorben. Ich möchte nicht daneben liegen. Aber müssen wir erst in die Kirche oder erst in das Haus? Weil das war mir jetzt in dieser Beschreibung auf Tag auf Wiki nicht so ersichtlich. Du musst ja nicht in die Kirche eigentlich. Wir müssen bloß ins Haus. Soviel ich weiß, oder? Ja, irgendwie waren da zwei Gebäude eingezeichnet. Ach so? Ja. Na gut, vielleicht musst du in der Kirche die Blutspur finden. Das kann sein. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass irgendwie auch mal so eine Quest mit einer Blutspur da war. Na, ich geh mal schnell rein. Ich werd so am Ton hören, ob hier irgendwas passiert. Mhm. Hier an der Tür links ist eine Blutspur. Hm. Hat sie euch was geklingelt? Nö. Warte, ich mach nochmal kurz Tag auf Wiki auf. Der drinnen liegt da. Ah. Jetzt hat es auch geklingelt. Und jetzt muss ich hier noch raus, oder was? Ja. Willst du noch unten im Dorf bisschen looten? Ja. Wir gehen durchs Dorf zurück, ne. Da müssen wir nicht über die offene Fläche rennen. Ach man, ich bin tot. Leck mich doch am Arsch, Alter. Wo ist der? Ah, ich bin auch tot. Wo ist denn der Typ noch, Alter? Rechts war der Wurzeln. So eine Fake-Klasse. Bist heute nicht so gut drauf, Matze, oder? Naja. Anderen kriegst du aufs Fressbrit, Alter. Von euch einen Typen, die irgendwo in der Kampa hocken. Ja, siehst du mal so, vielleicht haben wir denen die Sniper-Missionen jetzt gegönnt. Ja, und wer gönnt mir meine? Da musst du dich auch dort in das Gebüsch hocken, wo der saß. Und hoffen, dass irgendwie zwei Trottel da lang rennen, die die gleiche Mission machen wie ich gerade. Ja. Auch noch uns alle beide, aber das ist ja das. Ja, ich hätte in eine andere Richtung rennen müssen. Es war ein bisschen dumm, dass ich dann genau zu dir gerannt bin. Oh, ich habe noch Penkel drauf. Ja. Wusstest du ja auch nicht, wenn Moa schießt? Ich habe es erst mitgekriegt, so als ich getroffen wurde und gehört habe, wo der Schuss war. Und dann wollte ich es sagen. Aber da war es schon passiert. Da habe ich schon den nächsten kassiert. Da muss irgendwo von rechts gewesen sein. Von oben, von dem Hügel irgendwo. Ich glaube noch nicht mal so weit weg. Ich glaube noch nicht mal so weit weg. Wie laufen wir jetzt am besten, Alter? Wir gehen ja am besten hier unten lang. Dann schleichen wir uns ja an der Villa durch die, durch den Graben und dann... Hey, Kasa! Kriese! Oh! Ein ganz seltener Kass! Ach, Kasa, ich spiele keine gute Munni. Es ist nur eine normale 855. Ich sage mal so, solange ich hier noch nicht wenigstens einen kleinen Kontingent an Vorrat, an Geld habe, werde ich mittelmäßige Muni spielen. Ja, aber du kannst ja schon gute Munition holen. Also besser. Die M855 A1 kostet ein bisschen mehr als 300 Rubel bei Skir. Ach, echt? Ja. Das ist ein Schnäppchen, aber du kannst halt maximal plus 90 Stück kaufen. Ah, okay. Na gut. Aber wenn du so über ein paar Tage sammelst, kannst du auch mal mit guter Munition rein. Stimmt. Gucke ich dann gleich mal nach dem Raid. Jetzt habe ich aber zwar den großen Monitor, aber es nützt mir nichts, weil es auch alles irgendwie verschwommen aussieht. Naja, du musst halt in 2K spielen. Das ist halt... Okay. Habe ich da gerade ein Häschen gesehen? Was? Bist du im Haus oder runtergerannt? Ja. Ich bin drin. Okay. Komm. Könnte sein, dass wir nicht alleine hier sind. Ja, höchstwahrscheinlich. Ab unten am Sumpf irgendwo was... Ah, dieses Scope. Ich muss es doch wechseln. Also in der Sonne ist das irgendwie nix. Aha. Den Typ hast du jetzt schon abgeholt, oder? Achso. Also. Sorry. Hä? Ach, das zählte schon. Ich muss bloß noch rauskommen anscheinend. Achso, okay. Dann hätten wir durchrennen können, wir Idioten. Na, sorry. Mann, wir waren schon kurz vor dem Ausgang. Na ja, dann... Raus Richtung Ausgang. Was ist hier mit grünen Gunpowder? Willst du das nicht mitnehmen? Ja. Den tut doch. Na gut. Du hast es hier gefunden. So. So. Seht mal zu, dass ihr euch Lapskarten organisiert. Dann gehen wir auf Laps. Ja. Weil, pfff, ob ich nun hier draufgehe, für irgendeinen scheiß Loot oder Laps für besseren Loot... Aber gibt es da so viel besseren Loot tatsächlich? Ja. Ja, ja. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Allein ja schon so medizinische Produkte, Stims und sowas. Das ist schon... Da haben wir DocTech, äh, ja, ähm, ein Folder of Intelligence letztens gefunden. Und also nur im Offline-Rate. Ah, okay. Das liegt da einfach alles so rum und das ist der Wahnsinn. Ah, Frist. Willst du hier noch looten oder willst du raus? Okay. 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 Okay, okay. Camper oben Granate Matze, wo bist du? Ich hoffe, ich habe die Granate zerrissen Warte, ist er tot? Er lebt noch Warte, ich muss mich kurz heim Das bin ich, Matze Achso, oh scheiße Oh, Mann, Beutel Macht nichts Ich habe denen noch eine Granate hochgeschissen Warte, ich bin mal hin Bist du geheilt? Ein bisschen, ja Diese Wichser Da stehen die immer dort und campen Ich bin mal hin 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 Ok, ich springe. Ich gebe meinen Schuppen hinter. Ok. Haha. Ey, überall diese Knusperflocken, Alter. Die Sonnen. Oh, das war nah. Bin dann auch schon wieder voll, Matze. Glödmann hat ja nur den kleinen Rucksack mitgenommen. Ja. Wie ist bei dir der Status? Ja. Na ja, ich habe noch nicht viel gefunden, aber... Ich komme mal rüber zu dir. Ok. Ah ja, ist ein Skeff. Hä? Wo ist denn der Typ? Ich muss mich heilen, Matze. Ist der tot? Ja. Hinter dem Schuppen muss der hängen. Kannst du ja das Geld hier in die Kiste schmeißen. Ah, ich warte. Die ich noch gar nicht durchsucht habe. Na, die war aber schon offen. Da habe ich die durchsucht. Hey, Chatelands, grüß dich. Da, nimm deine Kohle. Danke, du kriegst sie wieder, mein Guter. Warte mal. So, ich gehe mal rüber ins Schweinehaus. Ok. Wird bestimmt wieder hier irgendwo einer campen in irgendeinem Scheißgebüsch und warten, dass ich auf die Straße komme. Ja, das kann gut sein. Wo ist der Scheiß-Kleff, Alter? Da war doch gerade hier irgendwo rumgerannt. Was gab es hier eigentlich? Eine Treppe hoch? Wo ist der Idiot? Man hat ihn vorn rumlaufen hören. Und jetzt, wo ich da bin, ist er nicht. Matze ist ludgeier. Na klar. Na ja, wir hatten einen schlechten Start heute. Wir sind zweimal in der Kiste. Wir haben gestorben und haben So, komm. Rücke. Quasi wieder Ausrüstung für eine halbe Million verloren. Das wird nicht reichen. Ich bin hinter dir. Alter, so ein Dreckscamper. So ein Dreckscamper. Zweie. Diese Nutten, Alter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Diese Hurensöhne. Ich gehe mal hier checken, ob hier noch mehr sind. Alter Schwede, Junge. Gut gemacht, Matze. Junge, den habe ich es aber gegeben, Alter. Echt, ey. So ein Wichser. Hurensöhne, Alter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist doch wohl nicht zu fassen hier. Nur Camper heute, ja? In allen drei Raids. Tja. Hey, haben die alle nichts. Sind die alle zu dumm zum Spielen oder was? Ich verstehe das nicht. Wer spielt denn so? Auf jeden Fall saßen die in dem blauen Ding oder was? Nee, dahinter. Alter. Warte mal, ich lasse dir noch. Ja, lass dir Zeit. Ich beschütze dich hier. Danke. Da ist hier zufällig noch so ein dritter Camper irgendwo rumhängt. Das kann ja wohl nicht wahr sein, Alter. Check mal ganz kurz was. Der erste hier hat zwei Schrauben noch drin. Den Rest kannst du auch nehmen, was du willst. Die Weste oder so. Welches Level hatten die Fixer? 21 und 19. Ja, gut. Oh, hier, guck mal. Ist doch schön. Hat mir eine volle Vaseline gebracht. Oh, sehr gut. Und eine Aljonka. Oh, spitze. Diary. Echt? Nicht schlecht. Wo waren die denn looten? Keine Ahnung. Ach ja. Ein volles Wasser sogar. Diesmal waren wir den King so. Matze. Matze war der King. Alter. Junge, Junge. Die habe ich den No-Scope weggemacht. Mit der richtigen Muni und zittrigen Händen kann das schon mal klappen. So sieht es aus. Der hat noch Muttern, wenn du willst. Ja, ja. Brauchst. Das ist gut, Matze. Au. Oh, ist sie. Das ist gut. Das ist gut. Ich dachte, Benji ist. So. Los. Das hat sich an. Als es war Benji. Als es hätte Benji geschrieben. Das geht ja auch mal. Au, au, au. Au, au. Au, au.